Gehörst du auch zu den Menschen, die immer noch im Tiefschlaf vor sich hin schuften und dem System und der Matrix dienen oder bist du schon ausgestiegen? Wenn du schon ausgestiegen bist, dann wirst du ein Gefühl von Freiheit und Selbstgestaltung und Freude erfahren, wenn du noch nicht ausgestiegen bist, wird dein Leben im Wesentlichen ein Albtraum sein und wenn du den Albtraum verlassen möchtest, dann musst du das Gefängnis verlassen und das Gefängnis ist nur in deinem Kopf, nirgendwo sonst, das gibt es nicht im Außen. Dieses Gefängnis, wo du glaubst, drin zu stecken, das gibt es nicht, sondern es sind Ideen in deinem Kopf, die aus Angst gespeist sind und die daraus bestehen, wie zum Beispiel, ja, ich muss ja was verdienen oder das kann man doch nicht machen oder ich muss doch mich an die Regeln halten oder ich mache doch nur meinen Job und so weiter und so weiter. Das sind alles Gedankenstrukturen, Ausreden, die dich gefangen halten. Und dieses Gefängnis hat ja auch Vorteile. Es ist einfach sehr, sehr bequem und du musst keine Verantwortung übernehmen. Das heißt, du schwimmst in deinem Koma einfach mit, gehst zu deinem Job, den du schon immer gemacht hast, den du hast, wo du genau weißt, der dient weder dem Ganzen noch der Liebe noch der Wahrheit, sondern dient einzig und allein irgendwelchen Machtstrukturen oder irgendwelchen sinnlosen Pseudo-Jobs, die keine echte Grundlage haben, die kein echtes Bedürfnis von Menschen befriedigen, irgendwelchen Behörden, die sinnlose Vorgänge etablieren und so weiter und so weiter und so weiter. Und die Frage ist einfach, wie lang möchtest du noch so dahin vegetieren? Das ist die Frage. Und die Frage kannst du nur für dich selber beantworten. Solange du diese Bequemlichkeit haben möchtest, diese scheinbare Sicherheit, diese Verantwortungslosigkeit, so lange gibt es keinen Ausweg für dich. Wenn du raus willst, da tobt auf eine Art ein gewisser Sturm, dem du dich dann aussetzen musst. Und dieser Sturm ist aber das Leben. Das ist einfach das Leben. Solange du in der Matrix bist, lebst du gar nicht, sondern du wirst gelebt. Das ist gar nicht dein Leben, sondern das ist das Leben des Staates, das ist das Leben des Zinssystems, das ist das Leben deiner Verpflichtungen, deiner Programmierung, deiner Konditionierung. Das hat alles nichts mit dir zu tun. In dem Fall bist du nichts weiter als ein Roboter dieses Systems. Und natürlich, das System freut sich, weil du schuftest und arbeitest und ackerst dich zu Tode. Und am Ende zahlst du Steuern. Du bist brav, passt dich an, hältst dich an die Regeln dieser Gesellschaft. Und du hältst einfach die Klappe. Du arbeitest und hältst die Klappe. Du machst einfach das, was man von dir verlangt. Das Problem ist, dass das je mehr die Energie auf dieser Erde steigt, desto weniger ist das zum Aushalten, weil der Konflikt in deinem Innern, der wird immer stärker. Du tust Dinge im Außen, die mit deinem Innern gar nichts zu tun haben. Vielleicht möchtest du gar nicht jeden Tag im Büro arbeiten. Vielleicht möchtest du nicht dieser Behörde dienen, die irgendwelchen Unsinn macht. Vielleicht möchtest du nicht diesem Geldsystem dienen, was die Menschen immer weiter ausbeutet. Vielleicht hast du was ganz anderes vor. Und statt dahin zu gucken und das umzusetzen, machst du es nicht. Und das ist auch auf eine Art Feigheit. Angst, Feigheit. Und so möchte das System dich hier haben. Das System möchte nicht, dass du in deine Kraft und in deine Freiheit kommst. Das möchte das nicht. Das möchte, dass du Angst hast, dass du feige bist, dass du dich unterordnest, dass du bloß nicht aufmuckst, dass du bloß nicht auf die Idee kommst, eigene Ideen umzusetzen oder öffentlich zu verbreiten. Das sollst du nicht. Du sollst die Tageszeitung lesen, du sollst die Fernsehnachrichten sehen, du sollst dich dem Konsum unterwerfen. Also konsumieren und arbeiten und Steuern zahlen und die Klappe halten. Das ist das, was du machen sollst. Und damit bist du in dieser schönen kollektiven Soße drin, fühlst dich warm und geborgen und es wird schon alles gut und es ist schon alles richtig. Ja, genau. Aber irgendwie spürst du ja, dass da irgendwas doch nicht richtig ist, weil diese Erfüllung scheint ja nicht zu kommen oder das Gefühl von Freiheit oder Ekstase sogar. Und das, wovor das System am meisten Angst hat und du übrigens auch, ist, dass du anfängst, wirklich in Verbindung zu treten. Weil das ist das, was sowohl die Strukturen im Außen als auch deine inneren Strukturen auflöst. Das ist das, wovor die größte Angst besteht. Wenn du anfängst, wirklich in Beziehung und wirklich in Kontakt zu treten mit dem, was in deinem Inneren ist, dann beginnen sich die Dinge aufzulösen. Und davor hast du Angst. Und es sind Millionen, Millionen, Millionen von Menschen, die da immer noch vor sich hin schlafen und da vor sich hin vegetieren und die leiden. Und das muss auch so sein. So lange, bis sie genug haben. So lange, bis es so unerträglich wird, dass du nicht mehr anders kannst, als da auszusteigen. Und der Ausstieg ist ganz einfach. Du hörst einfach auf mit dem Unsinn. Du triffst eine Entscheidung. Ich mache das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich fange jetzt ein neues Leben an und zwar mein Leben. Das, was ich wirklich möchte. Das ist einfach eine Entscheidung. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann wird das Leben, das für dich arrangieren. Nur ohne diese Entscheidung wird da nichts passieren. Das Leben zwingt dir nichts auf. Also, was gebraucht wird, ist nicht, wie du das machst. Diese Antworten brauchst du nicht, sondern das Leben möchte nur deine Entscheidung. Und dann wird das arrangiert für dich. Und du brauchst vor diesem Übergang keine Angst haben. Das sage ich dir einfach aus eigener Erfahrung. Das ist das, was mir jeder sagt, der diesen Übergang gemacht hat. Jeder, der diesen Ausstieg gemacht hat, der sagt immer das Gleiche. Also alle, die das gemacht haben, wollen da nie wieder zurück, haben das nie bereut, haben erfahren, dass sich das Leben kümmert, dass sich neue Strukturen bilden, dass sie nicht alleine und verloren sind, sondern genau das Gegenteil. Und dass es zu viel mehr Freude und Erfüllung und viel mehr Lebendigkeit führt. Also, ich kann dir nur raten oder ich kann dich nur einladen, komm mit. Es gibt immer mehr Leute, die schon ausgestiegen sind. Steig mit aus. Die Gruppe wird immer größer. Die Gruppe von Menschen, die aufgewacht ist aus dem System, die in Freiheit lebt und ihr eigenes Programm hier auf der Erde umsetzt. Also, warum nicht mitmachen? Die Masse an Menschen, die weiter im Koma schläft, im Koma vor sich hin vegetiert, die wird immer kleiner. Also, guck dir dein Leben an. Was machst du den ganzen Tag? Wofür arbeitest du? Wofür ackerst du dich zu Tode? Und dann überleg dir, ob du das noch weiter machen willst. Und dann triff eine Entscheidung. Und der Rest ist Sache des Universums. Da musst du dich nicht drum kümmern. Mach einfach diese Entscheidung. Triff diese Entscheidung für dich, wo du lang willst. Und mehr ist nicht notwendig.